Wir haben ein Problem miteinander, kann es sehr schwierig werden, weil die dann beginnen sich zu polarisieren. Also ich versuche erst das zu klären. Ich-E sagt, interessierst du dich noch für unser Thema? Ich-Du sagt Thema, jetzt geht es erstmal um uns. Ich-E denkt, ob es um uns geht, ist für mich zweitrangig, weil wenn es nicht ums Thema geht, ist die Klärung für mich ohnehin hinfällig. Dann sagt ich, du, aha, Verstoß gegen ganz goldene Regel, du darfst nie die Beziehung nur als Mittel zu deinen Zwecken verstehen. Dann ist er also in der Missbraucherecke und der sagt, du immer mit einer Gefühlsduselei, du stielst mir dauernd die Zeit und hängst an mir wie eine Klette, aber ich komme mit dir nirgends hin, was mir wichtig ist im Leben. Dann ist natürlich ganz schön Dampf in der Bude. Und dann geht jeder auf, klettert jeder auf einen anderen Baum, auf den Sein und sagt, und bevor du nicht von deinem runterkommst und dich wie ein Mensch benimmst, können wir nie wieder zusammenkommen. Ihr könnt euch aber vorstellen, dass das jetzt natürlich schwierig wird, weil jeder andere voraussetzende Bedingungen hat. Der andere sagt, ob ich dich mag oder nicht zu reden, ist für mich völlig uninteressant, wenn gar nicht klar ist, ob wir irgendetwas miteinander noch machen können und wollen. Der andere sagt, ob ich an dem mitmachen möchte, interessiert mich gar nicht, wenn ich nicht weiß, auf welcher Basis wir das miteinander machen können. Also da sind ja auch schon viele Ehen und Partnerschaften daran gescheitert und nicht wenige Organisationsberatungen, die ich hatte, haben sich in diese Polarisierung hineingearbeitet und finden dann einfach schlecht daraus heraus, weil wir dann so Chem-David-Atmosphäre haben. Jeder verlangt vertrauensbildende Maßnahmen nach seinem Gusto, die für den anderen aber nicht die Dimension sind, wie man eigentlich Vertrauen bildet. Das heißt, da ist es sehr hilfreich, wenn beide verstehen, wir sind verschiedene Typen. Das ist einer der Fälle, wo ein Metakonzept wirklich außerordentlich hilfreich ist, weil jeder sich lernt, leicht zu relativieren. Und professionell gesehen, da ist eine Frage, Moment, Mikrofon kommt. Du hast ja eben auch gesagt, dass es oft nicht so die ganz reinen diesbezüglichen Verhältnisse gibt. Und welche Möglichkeiten gibt es denn dann faktisch, von diesen Bäumen runterzukommen? Oder mit welchen Bildern oder Möglichkeiten arbeitest du weiter, um nach der Erkenntnis dieser Situation da eine Lösung hinzukriegen? Also sagen wir mal, in der Ehebeziehung, das wisst ihr selbst, oder in der Intimbeziehung ist es so, dass dann irgendwann jeder entnervt aufgibt, den Umerziehen zu wollen. Oder sie fallen sich dann spät morgens dann doch noch in die Arme. Und dann ist erstmal genügend Druck raus, sodass man am nächsten Tag nochmal neu beginnen kann. Und man ist dann wieder in gemäßigteren Zonen, in denen man sich auch wieder daran erinnert, dass diese polarisierenden Weltbilder nicht wahr sind. Obwohl es auch da dann verschiedene Vorstellungen gibt. Also ich-du meint, wir lieben uns wieder, wir brauchen uns nicht länger über das Thema klären. Und ich-es meint, für den Moment hat es keinen Sinn, das weiterzutreiben. Wir haben ja wieder ganz gut zueinander gefunden, aber es ist schon noch auf dem Plan, das Thema. Und dann geht es schon eine Weile, und das kennt man ja dann, dann ist man irgendwann wieder an dem Punkt, in dem man dann in Richtung jeder seines Baumes trottet und beginnt, den nach und nach zu erklettern. Ich habe sonst keine... Also das Leben bringt uns ja Gott sei Dank oft auch einfach ganz von selbst wieder aus den Polaritäten runter. Oder ich wüsste jetzt im Moment kein Manöver, außer das zu erzählen. Also wenn ich zwei, die sich so polarisiert haben, die aber beide eine Bindung zu mir haben, der ich ein Spektrum habe, dass ich beide verstehe und auf beide reagieren kann, sodass beide nach ihren Kriterien sich von mir verstanden fühlen. Ich erkläre aber beiden, was auch am anderen richtig ist und wie schade das ist, dass sie sich gegenseitig in die Polarität treiben, weil beide ärmer werden dadurch. Das ist eigentlich der Hauptmodus, der sich da für mich eigentlich sehr bewährt hat. Also da ist wirklich ein intellektuelles Verstehen ausgesprochen nützlich. Es setzt voraus, dass ich selbst ein Meta-Bewusstsein habe und nicht völlig einseitig Partei bin, obwohl ich meine Vorlieben habe. Und das wäre jetzt das Professionelle, sowohl für mich, meine persönliche Kompetenz, als auch das Werteklima, das in einer Abteilung gilt. Es ist eben wichtig, dass in jeder Abteilung sowohl die Ich-Du-Dimension gewürdigt wird und die Menschen in ihrem Beitrag, die dazu besonders gut beitragen können, als auch die Ich-Es-Dimension gewürdigt wird. Wenn ganze Abteilungen dann auf einseitig werden, also wenn, früher hatten wir manchmal Bildungsabteilungen, ich erinnere mich an einem Konzern, da wurde ich als Referenz zu einer Bildungsabteilung eingeladen, ich dachte, ich bin in einen Strickkreis mit Kaffeekränzchen geraten. Also dass ich mich eigentlich zu einem Thema verpflichtet habe, das war relativ uninteressant für die. Und als ich sagte, können wir dann irgendwie auch mal zum Thema kommen, meinten die, entspann dich. Solche Abteilungen sind heute jetzt weitestgehend abgeschafft. Die gab es aber früher noch zuhauf. Das waren so die spät 68er Müsli-Kränzchen, die durch Wachstum finanziert ein gutes Auskommen hatten, weil die Unternehmen das Gefühl hatten, es schadet nichts, wenn wir auch was für das Humane haben, solange es nicht stört. Und diese Abteilung fühlt sich natürlich sehr unverstanden von dem Controller, mit dem sie gerade zu tun hat, weil das ist ein fürchterlicher Menschenschinder und hat keinerlei Sinn für irgendetwas, was menschlich ist. Also ihr kriegt das dann schon mit, dann kann man also diese Polaritäten und das ist dann nicht ganz einfach. Ich muss an die ankoppeln, damit die nicht mich verdächtigen, dass ich gekauft bin vom Controller, sondern dass ich sehr wohl weiß, was ihnen wichtig ist, aber dass ich ihnen vermitteln kann, dass es auch eine andere Welt gibt, auf die sie sich beziehen müssen, wenn es zusammen funktionieren soll. Und das ist, wenn man eine Zielvorstellung hat, natürlich die, die sich daraus ableitet, für jedes Individuum, wie auch für die Unternehmenskultur, für jede Abteilungskultur. Es sollte ein integrierter Ich-Du-Ich-Ess-Stil da sein und man sollte sich wechselseitig wertschätzen, aber auch sich wechselseitig relativieren dürfen. Für uns Professionelle heißt es, und das gilt für alle diese Schemata, wo wir uns auf einer Seite wiederfinden, dass wir natürlich unsere Präferenzen haben dürften. Und im Dauerbetrieb suchen wir dann eher ein Klima, in dem wir eher ein Heimspiel haben. Aber wir müssen lernen, uns im ganzen Spektrum aktionsfähig zu entwickeln und uns wohlzufühlen. Dass wir nicht entweder nur mit Milieus arbeiten, die sowieso auf unserer Seite sind, oder Milieus, in denen es gemischt ist, trimmen, dass es zu uns passt, zu unserem Weltbild. Weil wir dann in dem Sinn eigentlich eine Neutralität verlieren. Und dann holen sich die anderen dann Ich-Es-Berater und die einen Ich-Du-Berater. Und dann polarisiert sich das System auf der Beraterebene oder auf der Vorstandsebene oder sonst wo dann genauso. Es geht von dem Grundgedanken aus der Jungstuhm-Psychologie, dass eine integrierte Persönlichkeit, die reifere Persönlichkeit, dass eine integrierte Wirklichkeit, die reifere Wirklichkeit ist. Also dass die Polarisierung immer eine ungute Vorstufe einer möglichen Integration ist. Und Ganzheitlichkeit heißt Integration der ganzen Fülle des Lebens, einschließlich der Stile, was allen Stilbeiträgen die Möglichkeit hat, auf ihr gutes Niveau zu kommen. Also das ist ja, aber das kommt jetzt vielleicht eher bei dem Weltbild der Jungstuhm-Psychologie, wenn eine der Perspektiven ausgegrenzt wird, dann sinkt die auch auf ein niedriges Niveau ihrer Selbstverteidigung. Das heißt, der Controller ist dann auch ein Zahlenmacho, weil er sich runtergeputzt fühlt von den Beziehungsleuten. Oder der Beziehungsmensch ist auch ein depressives Seelchen, der es mit der Leistung nicht so ganz hat und deswegen auch Beziehungen dauernd macht. Wenn er von den Ich-Ehes-Menschen untergebuttert wird. Also wenn man will, dass die andere Dimension auf ein gutes und integrationsfähiges Niveau kommt, muss man es würdigen. Das ist ein bisschen wie beim Froschkönig, da muss man schon manchmal den Frosch küssen, wenn man den Prinz haben möchte. So, das wäre Ich-Du-Ich-Ehes-Menschen. Damit habe ich aber auch wirklich schon manchmal Leuten völlig aus der Bredouille geholfen, wo man gedacht hat, wir haben riesen Sachthemen und es war nur das. Und deswegen wäre ein Jammer, wenn man das Konzept nicht kennt. Das gilt auch für ein anderes Konzept, das ich dann jetzt mache, wenn es keine Fragen oder Beiträge mehr gibt. Das ist das Konzept der Intensitätsverstärker oder Intensitätsverminderer. Das geht zurück auf einen Vortrag von Roland Fischer, dem Psylo-Zibin-Forscher. Ich glaube, es war 1980 oder so was in Loret de Mar, da gab es ein paar Jahre lang in spanischen Klöstern New Age Kongresse, wo der Dalai Lama und der wie heißt der, der englische Familienpaartherapeut Orny Lang und Vertreter des Sufismus und der Arnold von Kaiserling. Also alles, was damals Rang und Namen hatte, hat sich dort eingefunden, weil man eine Zeit lang geglaubt hat, dass man wirklich unter dem Label humanistische Psychologie eine neue Synopse hinkriegt. Und in der Zeit, diese ganzen Kasse habe ich damals mitgemacht, was für mich ein großer Gewinn war. Und da war eben auch der Roland Fischer, ein Psylo-Zibin-Forscher und der sagte, die Menschen suchen sie ja, wenn sie Psylo-Zibin oder andere Drogen nehmen, normalerweise ein Ausbrechen aus ihrem Normalbereich, den er dann Normofren nannte. Also um nicht für das eine einen pathologischen Begriff und für das andere normalen Begriff hat er die Normalität Normofren genannt. Und da hat er eben festgestellt, dass es Menschen gibt, wenn sie aus ihrem Normal funktionieren, was ja oft auch ein Gewohnheitsfunktionieren ist, in der wir auch nicht in besonderer Weise mit uns und der Welt in Kontakt sind, sondern oft auch ein Stück im Gewohnheitsbetrieb laufen, wenn die Menschen daraus ausbrechen wollen, weil sie das Bedürfnis haben oder weil sie einfach ihre Gewohnheiten irgendwie auflösen müssen, weil ihre äußere Welt zusammenbricht, eine Beziehung kaputt geht oder irgendwas, dann suchen Menschen, ihr Heil in verschiedenen Richtungen. Die einen suchen die Ausnahmezustand Richtung Intensitätsverstärkung. Also die wollen dann, dass mehr Emotionen sind, dass spritzigere Gedanken da sind, dass man lauter redet, dass man sich bewegt, dass mehr Dynamik da ist. Dann kommen sie aus ihrem Normalen raus und dann funktionieren sie besonders gut. Im spirituellen Bereich sind das zum Beispiel die Trommelröten, die über Tage gehen oder der Tanz der Derwische. Das ist sozusagen die ganzen Gewohnheitsmuster auf die Weise von sich abschütteln und zu einer Erfahrung von selbst kommen. Ich habe das jetzt hier mal, damit es nicht so spirituell klingt, einfach Flow genannt. Dass sie also mit besonders guter Fühlung zu sich, zur Welt, zur Leistung, zu Prozessen sind. Der Intensitätsverminderer, zu denen bekenne ich mich, wenn der möchte, wenn es für den essentiell ist, dann möchte er gerne den ganzen Truppel mal weg haben. Er will es ganz ruhig haben. Alles runter tunen, damit das, was ihn interessiert, überhaupt über die Wahrnehmungsschwelle kommen kann. Und wenn der das Gefühl hat, er ist mit etwas Wichtigem im Kontakt, wird er ganz still. Der Intensitätsverstärker, der geht voll in eine Wow-Dynamik. Meditativ gesehen kann das zum Beispiel dann die Zen-Meditation sein. Wobei mir persönlich, die jetzt nicht so arg liegt, so arg still sitzen, will ich nun auch wieder nicht. Aber die Intensitätsverminderung führt dazu, dass ich in gute Fühlung komme. Also auch in Flow kommt. Wenn wir jetzt lauter Intensitätsverstärker zusammen haben und die wollen sich dann aus dem Normalen rausbringen, dann solche Abteilungen kennt ihr. Die stehen dann Chaka-Chaka-mäßig auf den Tischen und dann wird es wesentlich. Wenn die Intensitätsvermindere zusammen sind, die sagen jetzt erstmal ganz ruhig, bis dann der erste schnarcht und man nicht weiß, ob man wirklich in Flow gekommen ist. Aber zumindest können die im Gleichklang Auswege aus der Normalität suchen. Ein Problem ist natürlich, wenn ein Intensitätsverstärker und ein Intensitätsverminderer zusammenkommen, also zum Beispiel meine Frau und ich oder meine geschätzte Kollegin Angelika Glöckner und ich. Wenn es wesentlich wird, holen die ordentliches Stück Holz und machen Feuer, damit es richtig brodelt, dass man richtig gut riechen kann, was die Sache ist, während ich sage, jetzt lassen wir es mal abkühlen, wenn ich meinen Finger reinhalten kann. Was könnte es denn sein? Man erkennt in diesem Bild natürlich sofort, dass wenn wir zusammen ein Seminar leiten, wir ein bisschen ein Problem haben, denn wenn ich es auf meine Temperatur stelle, ich rieche gar nichts, hier ist nichts los. Wenn sie es auf ihre Temperatur stellt, dann verbrenne ich mir den Finger. Und wenn sie mich beglücken möchte mit ihrer ganzen Begeisterung, dass sie voll im Flow ist, haut es bei mir die Sicherung raus. Ich sage immer, das ist jetzt bitte 10.000 Volt gewesen, ich bin aber gerade auf Elektronikbetrieb. Wenn ich umgekehrt sie auf etwas aufmerksam machen möchte, was mir gerade so deutlich spürbar wird, dann guckt sie und sagt, ja, können wir das mal ein bisschen, damit ich es verstehe. Also wir haben da manchmal Verständigungs- wie auch Abstimmungsschwierigkeiten. Und auch da kann man sich wie in dem Schema vorher natürlich fürchterlich polarisieren. Und wenn man dann jeder nach seiner Art versucht, das Wesentliche in der Beziehung oder im Umgang mit einem Projekt zu suchen, dann kann es schwierig sein, weil man nicht auf die gleiche Art das Wesentliche finden kann. Und auch da ist es sehr hilfreich, wenn da ein Metakonzept da ist, das mir das erklärt, das auch nicht einen Ideologiekampf daraus macht. Und ich habe ja so ein bisschen zum Teil leicht polemisch erzählt, da kann man sich dann leicht vorstellen, wie jeder sich am edleren Teil sieht. Wir bringen die Sache nach vorne und ihr Schlafmützen und Lebensschüchte und was man alles hat, Bedenkenträger, ihr hockt nur da, macht den Hintern breit und da kommen wir ja nirgends hin. Und der andere sagt, ihr seid so schnell unterwegs, egal in welche Richtung, dass ihr überhaupt nicht zur Besinnung kommt. Ihr seid zwar schneller dort, aber nicht da, wo man möglicherweise hin will. Und da ist es ganz gut, sich mal zwischendrin hinzusetzen und sich umzugucken, wo man eigentlich gelandet ist und wo man hin könnte. Also ich glaube, man kann das ganz leicht auf unterschiedlichen Dynamiken übertragen. Und es gibt von beiden gibt es ungünstige Formen. Also wenn jemand nur reflexhaft reagiert, ist dort, wo er eigentlich leist werden müsste, mal zuhören, aber er ist ein chronischer Intensitätsverstärker, macht da ganz viel Lärm und wundert sich dann, dass er nichts hört. Und derjenige, der es erst spürt, weil es eine sehr dynamische Sache ist, der sagt, das will ich aber jetzt gerne mal bitte ganz ruhig serviert kriegen, der kommt natürlich auch nicht zurecht. Und deswegen kann es sein, dass wir lernen müssen, unser eigenes Repertoire zu erweitern, weil wir manchmal irrtümlich, reflexhaft in die Richtung unterwegs sind. Wir müssen dann lernen, gerade wenn wir es am nötigsten haben, weil wir nach etwas Wesentlichem suchen, weil uns nervt die Eintönlichkeit unseres Normalbereichs, weil wir ein Flow-Erlebnis haben wollen, dass wir dann nicht reflexhaft Intensität erhöhen oder Intensität vermindern, sondern uns auch ein bisschen damit beschäftigt, ist das, was im Moment wesentlich sein kann, durch Intensitätserhöhung oder vielleicht eher durch Intensitätsverminderung eher möglich. sodass ich als Intensitätsvermindere mich dann vielleicht nicht leichter, aber zumindest williger darauf einlasse, dass wir ruhig mal uns auf eine hohe Frequenz einlassen, weil da geht es im Moment weiter, obwohl das nicht mein Reflex wäre. Und bei den Intensitätsverstärkern dann umgekehrt. Und von daher ist auch da jetzt, wie vorher auch, natürlich das Heil liegt in einem Klima, in einer Kultur, in einer Persönlichkeit, das ein relativ großes Spektrum hat, obwohl es bevorzugte Bereiche hat. Und auch in einem Organisationsklima, das für die Qualitäten von beidem offen ist und aber natürlich auch eine gute Tradition hat, zu verlangen, dass die einen nicht zu sehr in Intensitätsverstärkung gehen, weil dann haben wir ein Transferproblem in den Alltag, wie genauso die Intensitätsvermindere dann auch wieder ein Transferproblem in den Alltag haben. Also der eine macht, dann tanzt der Derwische und am Montag ist eine harte Bremsung und der andere macht Aum und am Montag geht es wieder mit einer fürchterlichen Hektik los. Also auch da denke ich immer auch ein bisschen an einen, dieser Spruch ist mir mal sehr geblieben aus dem Zen, der sagt, After enlightenment, the laundry. Das heißt, nach der Erleuchtung, kann man jetzt mit Flo mal gleichsetzen, ist Wäschetag. Oder einer meiner Sprüche im blauen Büchlein, die er findet, viele Menschen haben erleuchtende Momente, entscheidend ist, was sie danach tun. Und das ist eben ein wichtiges Konzept für mich auch, dass ich denke, die Integration in den Normalbereichen ist ganz wichtig für die Nachhaltigkeit dieser besonderen Erfahrungen. Wie umgekehrt die Bereitschaft, den Normalbereich auch gut gesteuert zu verlassen, meint der eine, mal in die andere Richtung, auch wichtig ist, um immer wieder eine Belebung des Normalbereichs zu ermöglichen, weil ohne diesen besonderen Unruhezustand im Gehirn oder in der Organisation und eine emotionale Betroffenheit dabei, ändert sich dann auch nicht wirklich was. Also es braucht auch, damit es das limbische System erreicht, wo die Gewohnheiten abgespeichert sind, braucht es auch diese Berührtheit. Aber die Berührtheit muss nicht immer Thrill sein, die kann auch eine ganz leise Berührtheit des Intensitätsverminderers sein. Gebongt? Also ich strebe an, dass wir jetzt, das könnten wir schaffen, ich habe noch, dass wir die Persönlichkeitskonzepte noch zum Mittag durchkriegen. Da sind wir jetzt bei einem Konzept, das ja die meisten von euch durch MBTI, Miles-Briggs-Typen-Indikator, kennen. Das ist eine, die sich, eine, 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 äh, guter Anlass, über unterschiedliche Wirklichkeitszugänge, unterschiedliche Typen zu reden. Ich bin nicht unbedingt ein Fan davon, dass man sich jetzt in irgendeinen Typ einordnet, sondern ich bin ein Fan davon, dass man diese Perspektiven nutzt, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Da kann gerne am Anfang auch ein MBTI stehen, oder ich persönlich habe einfach immer gern das Schema erklärt, oder wir haben mal eine Aufstellung im Raum gemacht, in der die Leute mal versucht haben, sich aufzustellen, um damit in den Sinnen und in den Austausch zu kommen. Das ist die jüngste Typenlehre, hier bereits mit meiner Nomenklatur versehen. Karl Gustav Jung, brauche ich jetzt, glaube ich, nichts dazu sagen, den Namen kennen zumindest viele. Ich finde, fand immer, dass es die modernste Tiefenpsychologie ist, weil es keine rückwärtsgewandte Tiefenpsychologie ist, sondern eine Tiefenpsychologie, die sich immer mit Grundfiguren der Wirklichkeit und der Entwicklung von lebendigen Prozessen mehr befasst hat, als die Frage, sich lösen von den Schalen der Vergangenheit. Also eine finale, auf etwas ausgerichtete Psychologie und eine Psychologie, die sagt, es ist in Ordnung, über lange Zeit sich einseitig zu entwickeln, aber wenn man ein reifer Mensch werden will, wird es irgendwann Zeit, die unterbelichteten Seiten mit in die Persönlichkeit einzubeziehen. Es ist, wie ich das nenne, eine Integrationspsychologie, was sie mir sehr wertvoll macht. Ich komme dann später nochmal drauf, weil ich glaube, dass wir nicht nur eine arbeitsteilige, sondern auch eine kulturteilige Gesellschaft mittlerweile haben und eine persönlichkeitsteilige Gesellschaft und eine der wichtigsten Herausforderungen ist heute, Integrationsfähigkeit nicht nur zu wollen, sondern auch in ganz vielen Konzepten auch herzustellen und die Konzepte so zu machen, dass sie integrationsgeeignet sind, weil unsere Welt droht auseinander zu fliegen und alle müssen daran arbeiten, das wieder zusammenzukriegen. Ganz kurz, das ist jetzt nicht von mir das Schema, deswegen will ich eigentlich nur ganz kurz erläutern, aber ganz kurz sagen, was für Änderungen ich vorgenommen habe und wie ich es verwende. Ich verwende die jüngste Typenlehre nicht so sehr, um Leuten zuzuordnen, was ihr Zugang zur Wirklichkeit ist, also was für ein Typ sie sind, sondern um unterschiedliche Arten, wie man überhaupt an Wirklichkeit rangehen kann, zu charakterisieren. Und da ist es so, dass Wahrnehmen, der Jung nimmt das Empfinden, aber das ist ein Sprachgebrauch, den ich verwirrend finde, für das, was über die Sinne auch durch Apparate erweitert bei uns ankommt, verwenden wir heute den Begriff Wahrnehmung. Das ist damit gemeint, das ist der Wirklichkeitsbezug, mit dem wir das Vorhandene zur Kenntnis nehmen, das ist die Wahrnehmung. Das ist der Zugang zur einen Hälfte der Welt, die andere Hälfte ist das, was noch nicht vorhanden ist, was aber möglich ist. Also es geht davon aus, es gibt eine Potentialität und das hat Jung damals, wie ich finde, fälschlich Intuition genannt, weil Intuition eigentlich ein viel größerer Begriff ist. Ich finde, der richtige Begriff dafür ist Ahnen. Marie-Louise von Franz, eine der Nachfolgerinnen von C.G. Jung, hat das genannt, das ist die Nase für das Merkroche. Und wichtig ist Ahnen nicht zu verwechseln mit spekulieren, was sein könnte, sondern es geht davon aus, dass es eine seelische Funktion gibt, die von dem vielen, was im Prinzip möglich ist, ein Sensorium hat, was wirklich Wirklichkeit werden könnte, nicht nur theoretisch, sondern was eine Potentialität hat, so wie ein Stein, der oben auf dem Berg liegt, der rollen könnte. Nicht jeder Stein, der irgendwo liegt, sondern der, der vielleicht als Nächster rollen könnte. Geht davon aus, dass es eine seelische Funktion gibt, das ohne Wahrnehmung, weil es dann ja schon wäre, sondern das, was hinterm Horizont ist, schon begreift und dem hilft, es über den Horizont zu bringen. Wobei wir Erkenntnis theoretisch als Konstruktivisten immer das Problem haben, finden wir dann die Ostereier, die wir selber versteckt haben. Oder hatten wir vorher tatsächlich eine Art von Wahrnehmung für etwas, was zur Verwirklichung drängt, aber nicht tut und auch nie tut, wenn niemand hilft, es zu verwirklichen. Also es ist ein Weltbild, das eben sagt, es gibt etwas Göttliches, was sein könnte, was aber unserer Hilfe braucht, sonst wird es auf dieser Welt nicht erscheinen, sondern als Möglichkeit an uns vorbeigegangen sein. Wenn ich auf diese Weise zu Vorstellungen komme über Wirklichkeit, gibt es nach diesem Schema zwei Arten, mich auf diese Daten zu beziehen. Das eine ist das gedankliche Ordnen und das andere ist das gefühlsmäßige Bewerten. Und der gedanklich ordnende Mensch ist der, der alles sofort wunderbar eine Tabelle tut und ich sage, und, was ist das jetzt wert, was da drinsteht? Gefühlsmäßige Bewertung weiß sofort, was er davon hält, bevor er sich überlegt hat, worum es sich handelt. Und das sind jetzt diese negativen Polarisierungen, die man vornehmen kann. Der Ahnungsmensch ahnt alles, kontrolliert aber nie, ob das auch eintritt, was er ahnt. Also der Argwohn, sage ich in einer meiner Sprüche, Argwohn ist eine heruntergekommene Form der Ahnung. Anstatt dem zu sagen, vergiss den Argwohn, sagen wir, können wir nicht deine Ahnungsfunktion ein bisschen schulen? Also dass du die Sachen, die dann auch wirklich kommen, identifizierst und von denen unterscheidest, über die du spekulierst, die aber nicht kommen. Und wir alle kennen die Menschen, die ständig irgendetwas ahnen und es nie auffällt, dass es nie eintritt. Das stört sie aber nicht in der Frische ihrer neuen Ahnung. Und die Idee in diesem jüngsten Schema ist einmal die, dass das vier unabhängige Arten sind, Wirklichkeit zu managen oder auf Wirklichkeit zuzugehen und dass ein gereifter Mensch möglichst jede Wirklichkeit nach allen vier Kriterien ganz gut prüfen können sollte. Das heißt, ein ganzheitliches Urteil heißt eine Beurteilung, eine Inszenierung von Wirklichkeit nach Gesichtspunkten dieser vier Wirklichkeitszugänge. Also es gibt konkrete Daten, die man zu einem Projekt haben kann, ob das läuft oder nicht, die ich zur Kenntnis nehme. Dort, wo ich was einordnen und rechnen kann, mache ich das auch, aber das wird nur begrenzt bleiben. Auf der anderen Seite habe ich ein Gefühl, ist es was Gutes, also auch wenn ich es rechnen kann, ist es auch was wertvolles, gefühlsmäßiges werden und ist es, schreibe ich nur was fort, dass ich denke, wenn das so weitergeht, müsste das wohin führen oder habe ich ein Gefühl dafür, ja, das wird es sein, für die Zukunft. Und Jungstipps Psychologie gehen davon aus, dass ein Mensch Präferenzen und Stärken entwickelt in der ersten Lebenshälfte, wie immer man das in Jahren jetzt einzuordnen hat und dass er da gut drin wird, dass aber in der zweiten Lebenshälfte es nicht um Vervollkommnung dieser Einseitigkeit geht, sondern um Vervollständigkeit, Vervollständigung durch die anderen Perspektiven der Wirklichkeitszugänge. das generelle Prinzip der Jungstipps Psychologie, das heißt, ich war, habe mich so eingeschätzt in den jungen Jahren, dass ich ein, ich bin erste Präferenz ahnen, zweite Präferenz gedanklich ordnen und deswegen habe ich immer irgendwelche Ideen gehabt, was da in Zukunft sein wird in der Hochschuldidaktik und habe ganz komplizierte Papiere geschrieben, wie man das alles einzuordnen hat und Instrumente gemacht und so. Im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, dass das gedankliche Ordnung aber daran nicht das Wichtigste ist und dass ich mir viel leichter tue, wenn ich ein Gefühl dafür kriege, ist das überhaupt was wert oder nicht, dass ich überlege, was ist es überhaupt wert, geordnet zu werden. Und ich habe immer besser gelernt, durch viele Jahre Gruppendynamik und Wahrnehmungsschulung, mich nicht besoffen zu machen mit meinen Ahnungen, sondern zu prüfen, was passiert denn auch tatsächlich und sind wir dahin unterwegs oder machen wir uns immer neue schöne Wolken an den Horizont. Sodass ich im Laufe der Jahre, glaube ich, in allen vier Modalitäten ganz gut kann und dadurch zu integrierteren Urteilen kommen. Auch da gilt es, es ist gut, mal eine Nacht drüber zu schlafen, weil die nicht präferierten Funktionen manchmal ein bisschen langsam sind. Also das ist von daher ganz vernünftig. Die Idee ist auch, wie generell in der jüngsten Psychologie, wenn ich versuche, meine Probleme durch einseitige Vervollkommnung zu lösen, wird uns das, was ich in den Schatten abdränge, bleibt minderwertig, wird nicht kompetent oder kommt nicht zu einer angemessenen Geltung und sabotiert mein Funktionieren mit der Idee, die Seele duldet nicht auf dauernde einseitige Entwicklung. Und das, dem ich mich nicht im Guten zuwenden möchte, wie zum Beispiel der Ahnung oder den gefühlsmäßigen Bewertung, das wird mich als Plage heimsuchen, sei es in den Träumen oder sei es in einem Kollegen, der genauso ist, wie ich denke, so sollte das nicht sein. Und da kann ich dann auch viele Konflikte zwischen Menschen verstehen als Konflikte zwischen Wirklichkeitszugängen. und oft polarisieren die sich auch, dass also die dann genauso inkompetent die einen werden wie die anderen und erst, wenn sie sich aufeinander zu bewegen, werden beide kompetenter und führen zu einer gewissen Integration. Das ist das jüngste Konzept der Typenlehre. Und von daher kann man das auch verwenden jetzt, wofür man den MBTI jetzt vielleicht nicht direkt verwenden kann, könnte man auch vielleicht, dass man überlegt, für welche Art von Business, für welche Art von Enterprise muss man welche Funktionen an Bord haben. Nicht, dass sich die Einseitigkeit dann durch Klonung versucht, stärker zu machen, weil es dann die negativen Kräfte, die auf diese Weise nicht einbezogen werden, sei es durch Marktbewegung, sei es durch irgendetwas, rächend sich auf einen dann doch versammeln. Also wenn man Unheil abwehren will, bewegt die Richtung Ganzheit. Ja, das ist selbstverständlich und ich versuche damit auch so ein bisschen, was mich da wirklich an diesem System, was ich daran spannend finde, über das, was der MBTI uns Gesprächsanlass bieten kann. Ein Problem ist oft, und da wird es dann sehr differenziert, das können wir jetzt natürlich nicht machen, dass die Leute oft auch, sei es anpassungsbedingt in ihrer Familie, in ihrer Umgebung, sich falsche Vorstellungen darüber machen, wie sie sich steuern. Die lernen zum Beispiel sich immer gedanklich ordnend zu rechtfertigen, aber ihre Entscheidung treffen sie nach einer gefühlsmäßigen Bewertung, aber weil ihr Rechtfertigungssystem sich abgelöst hat von ihrem tatsächlichen Steuerungssystem, haben diese beiden Seiten ihrer Persönlichkeit keinen Zugang zueinander. Das haben wir ja oft bei eingefleischten Naturwissenschaftler, die können nicht einsehen, dass ihre Grundannahmen auf Glaubenssystemen beruhen, sondern die meinen, das wäre ja objektiv, weil alles gedanklich ordnbar. Und manche Menschen, die eine unreife gefühlsmäßige Bewertungsfunktion haben, die meinen, dass wenn es gefühlt ist, ist es schon wahr und braucht nicht durch die anderen Funktionen kontrolliert zu werden, weil die ja viel weniger menschlich sind. Also da gibt es viele unreife Handhabungen und Verständnis dieser Funktionen. Dann möchte ich noch auf ein Konzept aufmerksam machen, das von Tebi Kähler ist, aus der Welt der Transaktionsanalyse, das wirklich pragmatisch einen sehr hohen Wert hat. Das will ich jetzt nicht ausführlich behandeln. In der TA wurde es damals als Miniscript-Theorie gehandhabt. Das heißt, man ging davon aus, dass das Dynamiken sind, mit denen man sich in der Erfüllung unglücklicher Lebenspläne hinein manövriert, indem man versucht, perfekt zu sein und am Ende dafür einen endlosen Preis zu zahlen oder wegen der Perfektion zu scheitern. Jeder kennt solche Menschen. Oder versucht, allen zu gefallen, mit dem Ergebnis, dass er gar nicht weiß, wer er selbst ist und am Ende niemandem gefällt, weil keiner Menschen einer gefällt, der allen gefällt. Man will wissen, wer ist dieser eine Mensch und so weiter. Tebi Kähler hat es eben persönlichkeitspsychologisch hauptsächlich behandelt als kleine Dynamiken, die einen in Richtung Skript-Erfüllung bringen. Von daher ein psychologisches Konzept, auch ein Konzept, das sehr stark in dieser klassischen Skriptanalyse verankert ist. Ich habe das losgelöst, insofern, als dass ich gesagt habe, es geht jetzt nicht so sehr darum, Menschen und ihre persönliche Dynamik damit zu beschreiben oder als Diagnostikum dann typische Wörter, die jemand sagt, zu nehmen. Es wurde dann sehr technisch auch bei Tebi Kähler, sondern es geht darum, man muss ein Gefühl dafür kriegen, was für ein Klima, was für eine Atmosphäre, was für eine Kultur entsteht. Und ihr alle kennt hektische Kultur, wo eigentlich immer hektisch ist, ob eigentlich im Moment einen guten Grund gibt, sich zu beeilen oder nicht zu beeilen. Oder ihr alle kennt Mühseligkeitsstrukturen. Alle haben Schweißperlen auf der Stirn, auch wenn im Moment gar nicht viel geleistet wird. Oder ihr alle kennt stark sein Kulturen. Es ist auf jeden Fall gesichert, dass uns keiner kann, ob es im Moment was zu verteidigen gibt oder nicht. Also das sind dann Gewohnheitshaltungen, die dann aber auch ein Klima machen, die Dinge, die zu dieser einseitigen Pose nicht passen, aus dem Leben ausschließen und dadurch eben wieder eine Verengung der Vielfalt und der Lebendigkeit bedeutet, die wir brauchen, wenn wir realitätsnah und vielschichtig uns bewegen wollen. Also ich habe daraus Klimatage gemacht, da gibt es auch ein Video dazu und eine Tonaufnahme, die findet auch bei uns auf der Webseite, Tonaufnahme ist Video glaube ich nicht, können wir mal draufstellen, wo ich dann einfach jemanden in dieser Dynamik vorspiele und ihr könnt sofort in euch spüren, was für eine Auswirkung bis in den Körper hinein das auf jeden hat. Also ihr spürt sofort. Also das Antreiberskonzept, ich meine, gut, vielleicht ist nicht jeder so tough drauf, dass er das gleich kapiert. Ich kann es ja auch ruhig nochmal ein bisschen erklären, ob das dann sich wirklich lohnt und vor allen Dingen, ob die, die es gleich kapieren, ob die damit zufrieden sein werden, weiß ich jetzt noch nicht, aber ich probiere es mal. So, okay. Ich werde bald Grund haben, mich stark aufbauen zu müssen, weil ich werde bald angegriffen. Denk aber dann, ich muss mich stark machen, weil die Welt mich so behandelt und mehr gar nicht, weil ich mich so aufstelle, ziehe ich genau die Wirklichkeit auf mich, mit der ich mich mit dieser Haltung wappnen möchte. Ich habe dieses Konzept auch früher mal genannt, fünf verheißungsvolle Wege vom Regen in die Traufe. Was auch von mir dazugekommen ist, sind die Konterdynamiken. Das heißt, jemand, der merkt, dass er an einem Antreiber ist, merkt, das ist einseitig, der möchte auf die Gegenseite gehen. Das ist aber nicht wirklich eine Lösung, sondern er fällt nur auf der anderen Seite vom Pferd. Ich möchte, dass, am Anfang habe ich gedacht, das wären weitere Antreiber, bis ich erkannt habe, dass es nur die Rückseite der bekannten Antreiber ist, am Beeil dich Antreiber zeigen. Wenn jemand betont ruhig immer ist, könnte man denken, der könnte sich aber doch ruhig mal ein bisschen bewegen. Er zieht sofort einen Beeil dich Antreiber auf sich. Also das Zusammenspiel der Antreiberdynamiken, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, aber das ist auch sehr interessant. Die komplementären Antreiber, die dann entstehen, er zieht also sofort, sagen wir, einen so stark auf sich, der sagt, also, oder ein Beeil, ich könnte es mal ein bisschen.